Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video zum MLM-Geheimnis. Mein Name ist Steffen Schwarzlose und ich möchte Ihnen heute noch ein paar Dinge über das MLM-Geheimnis zeigen. Speziell auch natürlich unseren Gulux24 Kunden, die jetzt aktuell dieses System zur Verfügung haben, um Kontakte einzusammeln. Mit diesem System, mit dem MLM-Geheimnis und dem dahinter geschaltenen E-Mail-Marketing-System haben wir vor ca. 3 Jahren, innerhalb nur kurzer Zeit hatten wir das auf dem Markt, 10.000 Kontakte generiert, nur alleine über diese Möglichkeit. Und jeder Gulux24 Kunde hat jetzt die Möglichkeit, dieses System zu nutzen, um Kontakte zu generieren für sein eigenes Network-Marketing, Direktvertriebsunternehmen, für sein Business, für sein Geschäft. Und das kann man ganz einfach einrichten. Also wir haben sehr viel investiert darin, um unseren Kunden natürlich auch so Möglichkeiten zu geben, fertige Sachen zu haben, um sich nicht viele Sachen selber einfallen zu lassen. Und ganz wichtig ist, mit diesen fertigen Sachen, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, können wir unsere Kunden inspirieren, auch eigene Ideen umzusetzen, was mit dem Gulux-System alles funktioniert. Ich will einfach mal zeigen, was wir bis jetzt geschaffen haben und dazu gehe ich einfach mal ins Backoffice rein und ich will einfach bloß mal so ein Beispiel nennen. Also ich habe diese Landingpage hier mit dem Link, den Sie gerade gesehen haben, auf dem ersten Bild sozusagen, habe ich beworben bei Facebook in Facebook-Gruppen und habe 185 Klicks gehabt und habe 41 Kontakte eingesammelt. Also eben noch, wo ich das Video, wo ich es vorbereitet habe, waren noch 40 Kontakte gewesen. Also einer ist gerade eben wieder dazu gekommen, weil ich gerade wieder in vier Facebook-Gruppen Werbung gepostet habe, um auch wirklich mal zu zeigen, wie das Ganze hier funktioniert, damit man auch sieht, dass es geht. Und das haben wir auch alles vorbereitet für die Gulux24 Kunden. Und das bekommt jeder kostenlos zur Verfügung, wer Gulux24 Kunde ist. Und wo man das Ganze findet, wie das Ganze funktioniert mit Schulungsvideos, mit Texten, da gehen wir jetzt einfach mal rein ins Backoffice, wo das Training Center drin ist. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal, wo das Ganze ist. So, jetzt befinden wir uns im Backoffice von Gulux24, also nicht in der Marketingsoftware, wo die ganzen Elemente drin sind, die man braucht, um effektives Marketing im Internet zu betreiben, wie Kontaktmanagement-System, Autopilot-System, also Autoresponder, Follow-up, E-Mails, Newsletter, alles möglich in der Marketingsoftware. Timer-Wiedervorlage, um an die Termine erinnert zu werden und natürlich die Landingpages, über 600 fertige Landingpages im System und ein Webseiten, also ein Landingpage-Baukasten, wo man sich seine eigenen Landingpages kreieren kann. Und ganz einfach geht man hier Training Center Marketingsoftware und dort gibt es auf der linken Seite jetzt den Menüpunkt schwarzlose Strategie und ich habe es bewusst die schwarzlose Strategie genannt. Weil wir, weil ich jetzt meinen Kunden sozusagen fertige Sachen zur Verfügung stellen, also Sachen zur Verfügung stellen, um fürs Network Marketing Kontakte zu generieren. Und dieser spezielle Marketingkurs, das MLM-Geheimnis, ist darauf ausgelegt, Leads einzusammeln, Kontakte einzusammeln mit integrierten Rückrufservice, um aufmerksam zu machen, um sein Geschäft zu automatisieren. Der Vorteil ist, sie haben die Möglichkeit, ja, das Gulux-System nebenbei her noch zu vermarkten und sich die eine oder andere Provision zu sichern, um die, das Geld auch für ihre Werbung zu investieren, um wieder Kontakte zu generieren für ihr eigenes Network Marketing Business. Und da habe ich jetzt vier Lektionen drin, also drei Lektionen, sorry, also Lektionen vier, fünf und sechs, eins, zwei und drei folgt noch demnächst, da kommt noch was weiteres Spannendes. Und hier in den Lektionen erkläre ich das Ganze, wie das Ganze funktioniert und wie man sich das einrichten kann. Hier ist auch die beiden E-Mail-Kurse, die man sich runterladen kann und ins Gulux in der Marketing Software installieren kann. Dann gibt es noch ein Video, wie man das Ganze einrichtet, die Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie das Ganze funktioniert und vor allen Dingen, wo ich posten kann. Und wie ich das Ganze aufbaue, wir haben noch zusätzlich Texte gemacht, also ich habe jetzt diesen Text gewählt, Text Nummer zwei, den finde ich selber persönlich sehr, sehr spannend. Wir haben insgesamt viele, viele Texte vorbereitet, also zehn Stück sozusagen und elf Stück, sorry, elf Texte und natürlich Bilder, also Bilder reingebracht, die man posten kann. Und die Bilder zeige ich jetzt mal, wie die aussehen. Hier sehen wir jetzt die Bilder, die dort hinterlegt sind, die haben wir auch fertig gemacht, die man nutzen kann, um die bei Facebook zu posten, weil es ist auch noch ein kleines Geheimnis, wenn man irgendwo was postet bei Facebook, was mit Werbung zu tun hat oder überhaupt was postet, sollte immer ein schönes Bild mit dazu sein, was auffällig ist, was attraktiv ist. Dann ist die Eintragequote umso höher und die Aufmerksamkeit umso höher und das findet man alles im Gulux Backoffice-System. Also ist hier alles zum Runterladen bereit, da folgen auch in der nächsten Zeit noch weitere. Also das ganze System hat einen Wert von, ja, um die 3000 Euro, was wir hier investiert haben für unsere Gulux24 Kunden, was Sie im Endeffekt als Gulux24 Kunde jetzt nutzen können. Ich selber habe in meinen aktiven Network-Marketing-Zeiten von 2000 bis Ende 2008 20.000 Kunden und Vertriebspartner weltweit aufgebaut mit meinem fantastischen Team. Alleine habe ich es natürlich nicht geschafft, aber ich habe die Ideen entwickelt, weil wir haben genauso ein System gehabt und ich habe meinen Partnern alles zur Verfügung gestellt, um Kontakte zu generieren und habe denen gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und ich selber habe auch persönlich in der Zeit selber 20.000 Kontakte gemacht für mein Network-Marketing-Unternehmen damals, wo ich da noch aktiv war. Und daraus sind insgesamt 5000 Menschen entstanden, die ich selber gesponsert habe, ob es Kunden waren oder Vertriebspartner, ob automatisiert übers Internet oder auch am Telefon, weil ich habe sehr, sehr gerne telefoniert. Ich habe jeden Kontakt angerufen und zu meinen Spitzenzeiten waren es sechs neue Teampartner am Tag, die ich registriert habe, aber nicht mit irgendeinem kostenlosen Produkt, sondern das Produkt war immer zwischen 100 und 500 Euro Einsatz. Natürlich auch mit Geld-Zurück-Garantie, was das Unternehmen damals, wo ich tätig war, zur Verfügung gestellt hat, was natürlich super, super toll war. Also ich, wenn ich Ihnen das jetzt erzähle, dann spreche ich genau von dem, was ich auch selber gemacht habe. Und das ist auch ganz wichtig. Also ich kann nichts weiter empfehlen, was ich nicht selber gemacht habe. Und alles, was ich Ihnen jetzt zeige, mache ich auch selber. Und deshalb haben Sie auch gesehen, wie viele Kontakte ich jetzt mit zwei, drei kleinen Aktionen, mit insgesamt 15 Minuten Einsatz schon gemacht habe, in dem, ja, für das MLM-Geheimnis. Und für das MLM-Geheimnis stellen wir natürlich auch mehrere Landingpages zur Verfügung, die man im Gulux Backoffice-System finden kann. Und ja, ich habe einfach mal drei geöffnet, sodass man mal sehen kann, wie die aussehen. Es gibt immer zwei Varianten zu diesem Thema. Einmal nur mit E-Mail-Adresse und die andere Variante ist auch mit Telefonnummer. Dazu gibt es ja auch zwei passende E-Mail-Kurse, einmal mit persönlicher Anrede und einmal mit unpersönlicher Anrede. Also wenn man nur die E-Mail-Adresse einsammeln möchte, weil jeder Mensch arbeitet unterschiedlich. Ich selber habe damals im Network-Marketing immer Landingpages beworben mit Telefonnummer, weil ich sofort anrufen konnte. Also nicht nur, dass ein automatisches E-Mail-System gelaufen ist, um Vertrauen aufzubauen, sondern ich habe noch selber jedes Mal angerufen. Deswegen favorisiere ich immer eine Landingpage mit Telefonnummer, wenn man im Network-Marketing tätig ist. Es tragen sich wahrscheinlich weniger ein, aber die Quote am Ende mit Einschreiben ist dementsprechend viel höher, weil die Menschen sie auch am Telefon kennenlernen. Hier haben wir noch eine weitere Landingpage. Die mache ich mal jetzt ein bisschen kleiner und noch eine andere, die wir noch reingebaut haben. Also wir werden auch noch weitere bauen für das ganze Thema. Es werden auch noch weitere Systeme ins Gulux24 kommen in der nächsten Zeit, die auf die Schwarzsoße-Strategie ausgelegt ist, um Ihnen als Gulux24-Kunden weitere Sachen zur Verfügung zu stellen, um effektiver zu arbeiten. Da gibt es noch ganz spannende Sachen. Also ich habe da noch sehr, sehr tolle Sachen. Also damals im Network-Marketing hat jemand immer gesagt, wenn ihr jetzt wüsstet, was ich schon weiß und genauso werde ich jetzt auch das sagen, wenn Sie jetzt schon wüssten, was ich schon weiß, was in der Pipeline noch alles da ist, dann können Sie sich jetzt schon freuen, was in Zukunft hier in dem Bereich kommen wird. Also ich freue mich darauf, den Gulux24-Kunden jetzt wieder was präsentieren zu können, um was zu geben, was zu schenken. Und wenn Sie noch kein Gulux24-Kunde sein sollten, dann nutzen Sie die Chance und nehmen das Angebot an und testen das Ganze mal für sich und richten sich ein System ein und arbeiten ab sofort strukturierter und effektiver. Und das ist der entscheidende Punkt an Gulux24, effektiver zu arbeiten, um Zeit zu sparen, um mit System zu arbeiten. Gulux24 ist keine eierlegende Wollmilchsau, muss ich dazu sagen. Es wird nichts passieren, wenn Sie damit nichts machen. Also machen Sie was damit, gucken Sie sich an, was andere damit machen, kontaktieren Sie andere Gulux-Kunden, Sie sehen die Erfahrungsberichte, sprechen Sie mit denen. Und ja, es gibt auch viele mittlerweile, die dort Strategien entwickelt haben, da kann man im Internet nachgoogeln und vielleicht von denen auch noch sehr, sehr viel lernen. Ansonsten gibt es natürlich immer das Training Center, da ist alles erklärt. Wir haben Video-F-Akus, wo die Software erklärt wird auch. Wir haben Kunden zum Beispiel, die sind 60, 70 Jahre alt. Die befassen sich drei, vier Stunden am Wochenende mal intensiv hintereinander, ohne Ablenkung mit dem System und können das bedienen und damit arbeiten. Also ich bin da echt erstaunt. Und ich hatte diese Woche aktuell jemanden im Coaching gehabt, der ist jetzt drei Monate Kunde von Gulux. Und der hat 825 Kontakte eingesammelt, weil er das System verstanden hat, weil er sich damit beschäftigt hat. Und das fand ich absolut fantastisch. Und ja, freue mich auf alle Fälle wieder was präsentiert zu haben. Und wir hören uns auf alle Fälle demnächst wieder mit den nächsten Neuerungen. Bis dahin, alles Gute, Tschüss, Ihr Steffen Schwarzlose.